Aluminium, 1 Ivane, 2 Obsidian, okay. Das kann auch ein bisschen dauern, ne? Ja, ist halt so. Da konnte ich die Dinger nicht zusammenköften. Achso, da muss ich jetzt Nuggets rausmachen, ja super. Hast du dich jetzt beruhigt? Boah. Dich. So, Excavator. So, up in die Sandworld. Das muss, umboss it up. Item Buffer, halt, das ist ein Dücke von Endio. Oh, du kleiner Wichser da hinten, komm mal her. So, du musst da irgendwo mittig sein, oder nicht wieder. Vorstehen, halt, quack, quack. Gar, ich buddel jetzt einfach runter, egal ob ich sterbe oder nicht. Ist egal. Bum, 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 send, send. Ich liebe alles, send. Ich bin, send, ter, klaus. Nikolaus, send, ter, klaus. Wann ist er denn immer auf den Boden gekommen? Das kann ja noch dauern, würde ich sagen, ja. Okay, das ist das Boden. Wie das aussieht, wenn du so schnell machst mit der Fackel. Was? Das Sandabfarmen. Bum, 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 bum. Wenn ich jetzt wüsste, wo dieser olle Raum ist hier, ne, dann wäre das ein bisschen einfacher. Wenn du überhaupt nicht, aber wenn du sagst, überall sind so ein Ding. Hm? Dann sagst du überall zum Teil. Was ist denn wohl die Mitte? Warte mal. Eigentlich könnte ich da rausfinden, wenn das wirklich Mitte Mitte ist. Dass ich einfach so ein Ding ausstelle, auf der Map einen Markt mache und dann wieder hingehe und nicht. Dann hätte ich doch eigentlich die Mitte. Dann mache ich das mal eben so. Dann mache ich das mal eben so. Dann mache ich das mal eben so. Das ist auf 1000, 1099. Ich habe den Kummer immer nur zur Hälfte, ne. Ja. Dann brüchst du wieder den anderen an. Dann brüchst du wieder den anderen an. Mal guten Abität Fleisch. Was denn? Hä? Äh, die Kuchen. Oh ja! Kuchen! Schön, ne? Ich habe da kein Problem mit. So. Oh. Hi, Cooper. Ja. Ja. Volle Tür, der Hurensohn. Ach der, krach. Also 1000 x 1000. Irgendwo hier. Ne, jetzt der Unterfalle bin ich tot. Geh ein bisschen lieber rein. Ich habe angesprochen. Angst. Zu sterben. Brrrr. Muss eigentlich. Achso. Ne, schon gut. Achso. Okay. Abschauen. Okay. Ich möchte auf keinen Fall runterfallen. Ich möchte ja nicht sterben. Ich möchte ja unseren Spielspaß noch haben. Mama, die mobben mich. Läschen ist böse zu mir. Sein ist ja immer noch da unten. Wo? Ich bin oben. Also ich bin jetzt, äh, oben beim Set. Ich will jetzt die Mitte eben raussuchen hier. Dass man da hin porten kann. Wow. Wow. Ja. Ja, du Maus. Jetzt muss ich da rüber. Und bis gleich. Ja. Ja, sieh ja. Ja, und bitte. Hallo. 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 Ich würde gerne wissen, ob man durch irgendein Item das auch sehen kann, die Item-Buffer Warum Item-Buffer? Ach, weil er die Dinger versteckt, du meinst die Kisten, die verstecken? Ja, da ist ein Item-Buffer Ja, ist egal Oh, da ist ne Chest Ja Mit zwei Schaufeln drin gewesen, ja Was war da drin? Zwei Schaufeln, also ne Netherbrick Schaufel und ne Adamantie Schaufel und zwei Basic Packs So Was jetzt nichts weltbewegend ist Mhm Eiergert Hätte ja sein können, dass man da irgendwas hat oder so Vier Stunden, neun Minuten Jo Bisher hält die Aufnahme noch 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 hält sie tapfer stark mit Wenn du das Ding gefunden hast, wollen wir dann Cut machen? Ja Das können wir machen, ich müsste gleich ein paar Ebenen schaufeln, aber Ich bin auf nem guten Weg, ich will hoffen, dass es da unten ist Ja Naja, also es ist Mitte Mitte Naja, tausend, tausend mal tausend auf 99 Okay Aber jetzt bin ich bei 109 oder 10 Ebenen, wenn sie noch Glück machen Mhm Dann sollte ich eigentlich laut Spiel da sein Lach Da ist es Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Arschloch Ja du Gieriger Ich hab mir alles so schön freigekloppt Und du? Ich hab zwei Stück, wie warst du? Welche denn? Ich hab zwei Basics Ich hab zwei Greater, ich hab drei Good und sechs Basics jetzt Ja lass uns mal aufteilen, echt Nö, du kamst gierig hier runter, okay? Ich hätt sowieso geteilt Ne, ich wollte das aus dem Freischaufeln Jaja, seh ich ja Ich war fast da und du kommst Ich hab ne andere Ecke aus dem noch mitgenommen gehabt Jaja, sieht man ja Guck mal, ich hab mühsam die letzten fünf Ebenen gemacht und da kommst du da runter geschaufelt Tja, weil ich so ne geile Schaufel hab halt Ja, du wolltest nur klauen Nein, wollte ich gar nicht Doch, du wolltest nur klauen Du bist ja Klaus, 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 Klaus Ich weiß, was du eh alle aufmachst jetzt Nö, ich muss jetzt erstmal mein Backlern hier So, ich habe sechs Basics, wie viele Basics hast du? Oder hast du allgemein irgendwelche Packs? Ich hab nur zwei Basics bekommen und den... Okay, dann kriegst du noch zwei Basics, dann hast du vier, dann kriegst du einen Good und einen Greater Guck mal, wie sozial ich bin Hätte ich aber auch gemacht Jaja, das hättest du gar nicht gemacht, du hättest so weg, alles weggeschaufelt Ja Erstmal die Basics Hey, wir kommen die mal zu dir hin Nö, die hab ich nicht Machen wir mal genädert Die liegen doch hier Ja, bei mir fliegen die mal zu dir hin, keine Ahnung warum Das... Oh, ich hab so'n Dev 0 bekommen, jawoll Bei Peter Block, aha Shuriken Oh Die 2 Rangers schon wieder, ey Komm hier, zack D'accord Ähm... Ja, toll Ein Kopf Killer 2401 jetzt Ja, warte, pass auf Und ein... Adventure Sword Komm weg, so Lens geht dann nicht Man sieht das Schwert bei dir Welches Schwert? Das Gift drauf? Das juckt mich mal eben gar nicht, ne? Ich frag ja nur Ganz wenig Mach nochmal Nö Hab grad weggetan LOL Alienware Guck dir mal die Schaufel an Jetzt geh ich ein bisschen mehr Ja Jetzt brenne ich Guck mal, mein Kopf hängt da auch Ja So, ich will mal die Schaufel ausprobieren Alienware Oh Hallo Besucher Sterb Sterb Oh, das war ne Heiz Ja Alter Zombie Nee Bo Ho Hot Oh lol, da kann man auch mit Fackeln setzen Okay Aber so gut ist sie gar nicht Weißt du, der Lucky anhegt Lol, da kannst du eher Leute mit töten, bevor du da mit irgendeinem Sand weggrafst Ja Darf ich dich töten? Ich hab halt Glück mit dem Next Curator gehabt Ich hab auch ne... Ja sicher Ich hab jetzt mal den Deathnull da reingeschmissen, ne? Brauch ich ja nicht Hm So, mach ich eben schneller fix die Kartoffeln noch einmal Oh, nicht Kartoffeln fräsen mein Freund Hat's halt die Kartoffeln ernsthaft gefressen, der Hund? Wer? Ach, mein Männchen Behinderte Was ist ernsthaft mit Kartoffeln? Behinderte? Sehr gemacht Junge frisst die scheiß Kartoffeln nicht, uns klatscht das Zwei geilen Beifall So Jetzt dürfen wir beenden Warte mal kurz Machst du Ich geh nochmal kurz runter schaufeln Ja rum Mach mal so Geh doch doch runter Hä? Geh doch runter Bin unten Ich kenn für dich dass du da hinten bist Ich seh nur die... Ich seh nur den Sand runter rollen Brrr, brrr Hi Hallo Und jetzt? Keine Ahnung Komm wir müssen immer auf den mittelblock schlagen Vielleicht kriegst du die dahinter weg? Immer auf die Mitte schlagen Ja, ja deswegen ja Wo kommen die Blöcke nicht mehr runter? Hast du gehört? Ja Das ist das geile, damit kannst du deine Schaufel echt gut, Devin Wie lange meine noch? Oh mein, ähm Krieg ich auch irgendwas ab? Äh Ich krieg nichts mehr drauf Hä? Aber hier kommt kein XP drauf Keine Ahnung Warte mal, ich nehm mal den Alienware Ups Das war meine Schaufel, die kaputt gegangen ist Den Alienware gehts Ja ok, wir können ja eigentlich beenden Ich tu ein paar Föckel noch hier Ähm Der Da oben, guck mal, wenn du ne oben in der Reihe guckst 325 Upgrades hab ich davon bekommen, letztes Mal Wtf Ja, ist wieder heil Äh Ne Alu-Maiten müssen wir machen, Glouston haben wir Den Crafter, da brauch ich das für Haben wir irgendwas noch im Back und Wind? Ne Jetzt haben wir nur noch Secrets Guck dir mal an wie viel Sand wir drin haben Ja, wer weiß 3.000 Und Ich glaub beim nächsten Mal kümmer ich mich komplett nur um Chemie Ja Vor allem Jetzt haben wir heute Äh 7 Stunden und 46 Minuten aufgenommen Und haben eigentlich ganz gut die ganzen Questen fertig hier Warte mal, ich guck mal Du kannst nochmal durch, ob ich noch irgendwie was hab Zum Band Vielleicht könnten wir beim nächsten Mal die Lapis Dinger da bauen Diese Glowstone Blöcke Ein Buoying Station, was ist das eigentlich? Eine Buoy... wat? Eine Buoying Station Buoy... Chemie oder wat? Nö, von den normalen Okay, dafür brauchst du ein Sock of Emerald Lippet Achso, Embauming Station, ja Die musst du erst herstellen Ich weiß, ich weiß gar nicht wo wir das herstellen, bestimmt bestimmt beim irgendeinen neuen Teil oder so Mh Müssen wir mal durchgehen, kriegen wir bei irgendeiner Quest eine neue Da kriegen wir Teleportation Wer irgendwo eine neue Ding kriegen Ich tippe mal, dass wir unten, wenn wir die Wenn wir den Bambus fertig haben und die Pumpkins Das müssen wir auch fertig machen Dass wir irgendwann da unten neue Seiten bekommen Da ist auch glaube ich ein Golden Pack of Holding, ne? Da unter den Spikes Haben wir eigentlich Enderscharts eigentlich noch? Ja, warum? Das ist wegen welcher Quest Für diesen komischen Teleporter da Für diesen komischen Teleporter da Aber dafür brauchen wir Flüssigkeiten auch noch Machen wir mal große Böhren und alles Jaja Ja gut Leute Das kann auch noch dauern Wie gestern wieder, ne? Jo Ja Wollen wir aber sagen Wenden wir hier die Aufnahme Und bis zum nächsten Mal bei Material Energy Hochbeer mit dem Flash Mit Zendos den Berückten Nicht Aua Nicht Alter, wir dürfen uns wirklich nicht killen Tschau tschau Tschuuuus Tschau 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 tschau